Liebe Bürgerinnen und Bürger, liebe Engagierte mit Menschen in Bonn, bürgerschaftliches Engagement ist nicht selbstverständlich. Es zu würdigen und zu fördern, wenn sich Menschen ehrenamtlich für andere einsetzen, ist daher auch mir als Oberbürgermeisterin ein wichtiges Anliegen. Den Internationalen Tag des Ehrenamtes, der jährlich am 5. Dezember begangen wird, möchte ich zum Anlass nehmen, um allen Freiwilligen, die sich in und für Bonn engagieren, im Namen der Bundesstadt Bonn sehr herzlich zu danken. Das Land Nordrhein-Westfalen hat vor über zehn Jahren die Ehrenamtskarte ins Leben gerufen. Sie ist ein Ausdruck der Wertschätzung des Landes für die große Einsatzbereitschaft vieler Bürgerinnen und Bürger. Mit der Ehrenamtskarte können vielfältige Vergünstigungen in Anspruch genommen werden. Mein ausdrücklicher Dank gilt daher auch den Unternehmen und Einrichtungen, die diese Vergünstigungen einräumen und damit ehrenamtliches Engagement unterstützen. In Bonn wurden bereits über 2.200 Ehrenamtskarten ausgestellt, eine sehr beachtliche Zahl. Darüber freue ich mich, denn das zeigt, wie viele Menschen sich in besonderem Maße zum Wohle anderer engagieren. Normalerweise hätte jetzt Anfang Dezember wieder ein Empfang im Alten Rathaus stattgefunden, bei dem ich vielen engagierten Bürgerinnen und Bürgern gerne persönlich ihre Ehrenamtskarte überreicht hätte. Dieser musste pandemiebedingt abgesagt werden. Die Karten wurden und werden daher auf dem Postwege versendet. Die Ehrenamtskarte kann erhalten, wer mindestens 16 Jahre alt ist und nachweislich mit seinem Engagement bestimmte Voraussetzungen erfüllt. Die Bonner Freiwilligenagentur steht Ihnen für Fragen und Informationen sehr gerne zur Verfügung. Da die Karte an einen Mindestumfang an Einsatzstunden geknüpft ist, gibt es in Bonn viele Menschen, die sich auch ohne die Karte zu erhalten, freiwillig und unentgeltlich engagieren. Einfach da, wo eine helfende Hand gefragt ist und gebraucht wird. Jeglicher Einsatz für die gute Sache ist sehr wertvoll, liebe Bonnerinnen und Bonner. Dieses schwierige Jahr hat in besonderem Maße gezeigt, auf welch große Hilfsbereitschaft wir in Bonn vertrauen können. So haben sich sehr viele Bürgerinnen und Bürger gemeldet, die im Rahmen der Corona-Nachbarschaftshilfe Einkäufe oder Botengänge für ältere Menschen oder jene, die ein höheres Risiko haben, an Covid-19 zu erkranken, erledigen. Dies war und ist nicht selbstverständlich. Ganz herzlichen Dank dafür. Und natürlich verdienen auch alle anderen Formen des ehrenamtlichen Engagements für unsere Gesellschaft und die Umwelt, ganz unabhängig von der Ehrenamtskarte, meinen herzlichen Dank. Liebe Engagierte, mit Ihrer Initiative tragen Sie maßgeblich dazu bei, dass Bonn so bunt und vielfältig sein und bleiben kann. Dank Ihnen gibt es in unserer Stadt Hilfe in den unterschiedlichen Lebensbereichen und Alltagssituationen. Bürgerschaftliches Engagement ist einer der Grundpfeiler für ein gutes Miteinander in unserer Gesellschaft. Behalten Sie die Freude an Ihrem ehrenamtlichen Engagement und bleiben Sie gesund. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.